Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Jetzt gerade läuft COD Next. Das, was wir jedes Jahr mittlerweile haben, was meistens dann vor der Beta erscheint, wo wir alle richtige Eindrücke von richtigen Spielern bekommen. Wie das neue Call of Duty ist, wie das Movement ist und all die Fragen, die man vorher vielleicht noch nicht beantwortet bekommen hat. Die Frage, gibt es SBMM? Ja, das gibt es. Wird nicht weggehen, wird so bleiben. Lasst uns das Thema zur Seite schieben, ich habe Wichtiges zu tun. Das COD Next Event, genauso wie der Multiplayer-Trailer, der gestern, vorgestern kam und all die anderen Sachen von Anfang an vom Marketing, haben ja auf eine bestimmte Sache hingewiesen. Und jetzt gerade könnt ihr es sehen. Ich persönlich gucke mir das COD Next Event nicht mehr an seit zwei Jahren, weil ich habe, wenn ich noch einen Warzone-Streamer aus Deutschland sehe, der bei Twitter schreibt, Warzone ist back, werde ich höchstwahrscheinlich einen Herzanfall bekommen oder lachend aus dem Fenster springen und glücklich sein, dass der Schmerz in meinem Kopf aufhört und die Stimmen nicht mehr so laut mit mir reden. Ich gucke mir lieber das Gameplay selber an. Das ist jetzt ab Freitag an der Beta. Da könnt ihr gerne bei mir zuschauen, wenn ihr noch keinen Code euch organisiert habt. Ihr könnt für 5 Euro bei MMOGA, meinem Partner, Achtung, kurz Werbung, Codes euch holen. Das heißt, ihr könnt für 5 Euro nicht vorbestellen. Wenn ihr es vorbestellt, könnt ihr sowieso sofort spielen. Wenn ihr also vom ersten Tag an loslegen wollt, einfach Code bestellen. Der kommt meistens so ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden vor Start der Beta, manchmal auch einen Tag vorher. Und dann könnt ihr alle zur Beta, so wie jedes Jahr, für einen Fünfer spielen. Und wenn es so Leute bei euch gibt, die jetzt echt unentschlossen sind, dann können sie es ja zehn Tage durchtesten. Und wenn es euch gefällt, kauft es. MMOGA, Playstation Guthaben, echt gut. Und wenn es euch nicht gefällt, habt ihr 5 Euro ausgegeben. Das ist nicht mal ein Döner mittlerweile und schon ein Döner mit Eirahmen, was mein Favorite ist, ist es schon gar nicht. Es wird aber eine Sache geben, und zwar das Omni-Movement, was darüber entscheidet, ob dieses Jahr ein COD wird, wo die Leute Spaß haben, oder ob es ein Reinfall wird. Und das haben wir schon sehr, sehr häufig erlebt. MW2 war ein kompletter Reinfall, weil das Movement im negativen Sinne komplett außer Ufer geraten ist. MW19 war ein ziemlicher Erfolg, was die Franchise angeht, was die Verkaufszahlen angeht, aber bei den meisten Spielern, zumindest die, die sich ein bisschen mit YouTube beschäftigen, mit Twitch, mit Twitter, mit den Infos und so, ist es eher hinten durchgefallen, einfach, obwohl ein Movement gut war, weil alles andere schlecht war. Und das Omni-Movement geht in die Richtung, so wie man sich das anschaut, als wenn hier zwei Dinge passieren können. Ein Großteil der Spielerschaft sagt, geil, ich kann Dolphin-Difen, ich kann nach hinten springen, nach vorne springen, schneller sein und, und, und. Und hat Spaß daran. Und es wird einen kleinen Teil geben, der sagt, das ist mir zu schnell, das ist mir nix, ich bin Herbert, ich bin 43, ich will das nicht mehr, das kann sein. Oder es ist andersrum, es ist so verschwitzt, so heftig verschwitzt durch SBMM und das Ganze und dann dieses Movement dazu, was richtig eklig wird, wenn man so spielt, dass es darauf hinausläuft, dass die Leute wegen SBMM und weil es so anstrengend ist und weil es so competitive ist, durch dieses Movement-System eben, Movement kann competitive entstehen lassen, das ist in COD so, dass die Leute sich da rausziehen und sagen, habe ich keinen Bock mehr, ich spiele lieber was anderes. So, bitte nicht wundern, der Hund möchte ein bisschen Aufmerksamkeit und deswegen müssen wir nebenbei ein bisschen hier streicheln. Und ich habe wirklich große Sorge, obwohl viele von uns ja im Bereich der Vorfreude sind, also ein Treyarch Call of Duty, ein Black Ops Teil, lange Entwicklungszeit und ganz gute Ansichten und Versprechen, die wir bisher haben, dass das ein Game wird, bei dem wir generell ein gutes Gefühl haben. Jetzt noch ein guter Content-Lieferpass für die Multiplayer. Dazu bedenken, dass wir Verdans zurückbekommen, was halt Warzone ist. Zombie sieht meiner Meinung nach rundenbasiert sehr, sehr gut aus, obwohl ich kein ausgewiesener Zombie-Fachmann und Fan bin. Viele Zutaten für diesen Kuchen sehen so aus, als wenn das ein richtig geiler, pass auf, Blaubeerschmandkuchen werden kann. Meine Partnerin kommt aus dem Osten, die haben sowas immer gemacht, das ist super lecker. Es kann aber auch sein, dass dieser ganze Kuchen am Ende komplett verdorben schmeckt und wieder alle sitzen und wieder auf die anderen Games gehen, die es halt geht. Data Force kommt, Stalker 2 kommt, Tarkov Vibe ist, Arena Breakout ist. So viele Spiele aktuell, die man spielen kann, meiner Meinung nach. Und Call of Duty wird sich, auch wenn das natürlich andere Genres sind, deftiges, heftigst einpacken müssen, dass sie den Anschluss, auch in den Folgejahren, nicht verlieren mit Entscheidungen, die die Kernklientel verärgert. Auf der anderen Seite, wir haben Skill-Based Matchmaking, Noobs und Casuals werden dadurch geschützt, Punkt. Und die Verantwortlichen bei Activision werden nicht so blöd sein und Movement-Systeme einbauen, die dafür sorgen, dass die Kernspieler schafft, die auch das meiste Geld ausgeben, im Shop und so, weil man muss ja, wenn man 8 zu 63 spielt oder so, irgendwie einen Skin kaufen. Das kann auch sein, dass sie das durchaus bedenken und das ganze Movement-System sich in den normalen Runden, aktuell sieht man ja nur so ADHS-TikTok-Kiddies, die dann irgendwie 100.000 mal Dreieck drücken, weil es cool aussieht, dass das alles gar nicht so extrem wird. Trotzdem habe ich die Angst, als Creator, genauso als Spieler und als riesiger, leidenschaftlicher Fanboy von Treyarch einfach, dass sie es mit dem Movement killen, im negativen Sinne und dass wir alle relativ zügig Schnauze voll haben. Solltet ihr aber genauso ein Freak sein wie ich und diese Beta durchsuchten und das Game durchsuchten, also zumindest die ganzen Tarnungen und ihr müsst gar kein Content dafür machen, Leute, einer der geilsten Unternehmen der Welt, die sich darauf spezialisiert haben, in Deutschland Controller herzustellen. Ich habe mir jetzt Just for Fun einen zusammengestellt. Ich zeige euch was, was ich demnächst bekomme. Pass auf. Marcel hat zu mir gesagt, weil das so gut läuft, darf ich mir einen neuen aussuchen und ich habe mir etwas zusammengestellt, den werde ich euch demnächst vorstellen. Die Qualität dieser Arbeit von den Jungs ist Wahnsinn und gerade jetzt zu Black Ops 6 weiß ich, dass relativ viele Bestellungen kommen. Deswegen, Leute, ihr bekommt ab sofort 12% statt 10% Rabatt mit meinem Code unten. Ihr könnt euch zusammenstellen, was ihr wollt, Standarddinger mit Paddels, ohne Paddels. Ganz wichtig, da ist eine Bearbeitungszeit drin, die sind alle handgemacht. Das dauert alles, bis sie handgemacht sind, aber in wenigen Wochen sind die Dinger komplett fertig bei euch in den Gaming-Zimmern. Und ihr wisst es ja bei mir, ich habe ja wirklich, ich habe glaube ich mittlerweile drei von Marcel. Ich habe meine blauen, ich mache etwas nochmal groß. Ich habe ja die mit den längeren Paddels und den Gummis zum Testen gehabt. Ich habe die mit den normalen, hier, man hört sie immer noch. Ich habe die Smart Bumper drinnen, die kurzen, die langen, die abnehmbaren. Ich habe ja alles durchgetestet. Und seit über einem Jahr sind Marcel mit seinem Team und ich jetzt wirklich verpartnert. Und ich freue mich, so etwas präsentieren zu dürfen, weil das für mich als Creator genial ist, dass ich euch das Handwerkszeug in die Hand geben kann, dass ihr die ganzen Casuals wegballert. Und ich persönlich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Beta und ich weiß, dass es schwitzig wird und ich weiß, dass es wegen SBMM und die Vorbesteller sind meistens so die Freaks und so. Es wird anstrengend. Wenn ihr Bock auf die Beta habt, lasst euch nicht vorab schon von irgendwelchen Leuten unnötig hypen oder schon in eine tote Ecke drängen. Wenn ihr Bock habt, das neue COD zu spielen, dann spielt es. Und wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann spielt ihr es einfach nicht. Guckt euch nicht zu viel bei COD Next an, da sind Leute eingeladen, die das ganze Jahr die Fresse halten, wenn Dinge dann nicht funktionieren, damit sie eben weiterhin eingeladen werden. So, natürlich hat man bessere Chancen darauf, wenn man nicht kritisch ist. Aber wenn man nicht kritisch ist, sorgt man nicht dafür, dass Verbesserungen eintreten. Und deswegen, ihr könnt gucken, ihr könnt es lassen. Guckt ab Freitag bei allen, die es gekauft haben und vorbestellt haben und die Beta-Codes gekauft haben. Testet es aus, testet selber aus, schaut es euch an und trefft dann eine Entscheidung, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Ich werde es für euch testen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es wird gut. Aber ihr kennt mich mittlerweile. Wenn das COD scheiße wird, fasse ich es nicht an. Ich habe mehr als genug Games mittlerweile, die mich interessieren, dass ich Call of Duty nicht mehr brauche. Und ja, ich hoffe wirklich, es wird gut für uns. Leute, lasst ein Like da. Lasst mir eure Meinung da. Was habt ihr bisher gesehen? Wie gefällt euch das bisher? Checkt meine Partner ab. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus.